Finanzmarkt-Welt präsentiert den XDB-Morgenticker vom 16. November 2023. Handeln Sie verantwortungsvoll. Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. Den vollständigen Risikohinweis in schriftlicher Form finden Sie in den Shownotes. Die Indizes der Wall Street beendeten den gestrigen Handel leicht im Plus. Der S&P 500 stieg um 0,16%, der Nasdaq legte um 0,07% zu und der Dow Jones stieg um 0,47%. Der Nebenwerteindex Russell 2000 wurde um 0,2% höher gehandelt. Die Indizes im asiatisch-pazifischen Raum wurden heute überwiegend schwächer gehandelt. Der japanische Nikkei fiel um 0,3%, der australische S&P ASX 200 gab um 0,7% nach, der koreanische Kospi notierte unverändert, während der indische Nifty Fifty um 0,6% stieg. Die Indizes aus China wurden zwischen 0,4% und 1,0% niedriger gehandelt. Die DAX Futures deuten heute früh auf eine mehr oder weniger unveränderte Eröffnung der europäischen Kassensitzung hin. Die Gespräche zwischen dem chinesischen Präsidenten Xi und US-Präsident Joe Biden am Rande des APEC-Gipfels dauerten rund vier Stunden und berührten eine breite Palette von Themen. Die beiden Staatsoberhäupter sprachen unter anderem über Taiwan, die Ukraine, Israel-Gaza, militärische Kommunikation und künstliche Intelligenz. Xi Jinping sagte nach dem Treffen mit US-Präsident Biden, dass es viel Raum für eine Zusammenarbeit zwischen den USA und China gebe und dass China ein Partner und Freund der Vereinigten Staaten sein wolle. Xi sagte auch, dass China in den kommenden Jahren keine Militäraktion gegen Taiwan plane. US-Handelsministerin Raimondo erklärte, die Vereinigten Staaten strebten eine Deeskalation der Spannungen mit China an. Der US-Senat billigte ein vorläufiges Finanzierungsgesetz, um einen zweimonatigen Regierungsstillstand zu vermeiden. Das US-Repräsentantenhaus hat das Gesetz am Dienstag verabschiedet. Das Finanzierungsgesetz muss nun noch von US-Präsident Joe Biden unterzeichnet werden. Japanische Exporte stiegen im Oktober um 1,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr, erwartet waren 1,2 Prozent, während die Importe um 12,5 Prozent zurückgingen, erwartet waren hier minus 12,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Japanische Maschinenbestellungen stiegen im September um 1,4 Prozent im Monatsvergleich, erwartet waren 1,0 Prozent. Die Beschäftigung in Australien stieg im Oktober um 55.000 Arbeitsplätze, erwartet waren plus 21.400, angetrieben durch einen Anstieg der Teilzeitbeschäftigung um 38.000 Stellen. Die Arbeitslosenquote stieg von 3,6 auf 3,7 Prozent, wie erwartet. Die wichtigsten Kryptowährungen werden uneinheitlich gehandelt. Bitcoin fällt um 0,8 Prozent, Ripple fällt um 0,4 Prozent, Ethereum gewinnt 0,2 Prozent und Dogecoin legt um 0,4 Prozent zu. Öl wird heute früh um 0,5 Prozent niedriger gehandelt, während die US-Erdgaspreise unverändert bleiben. Edelmetalle legen zu. Gold und Silber handeln 0,3 Prozent höher, Platin steigt um 0,2 Prozent und Palladium erholt sich um 1,6 Prozent. US-Dollar und Euro sind die wichtigsten Währungen mit der besten Performance, während australischer Dollar und Neuseeland-Dollar aktuell am meisten nachgeben. Trotz eines recht soliden australischen Arbeitsmarktberichts notiert das Währungspaar australischer Dollar gegen US-Dollar heute niedriger. Die Abwärtsbewegung dieses Paares ist auf den über Nacht gestiegenen US-Dollar zurückzuführen. Finanzmarktwelt präsentierte Ihnen den XTB-Morgenticker.